boah alter jetzt muss ich wirklich das video machen hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren minecraft video heute zeige ich euch wie ich pvp spiele und wie ich damit umgehe weil viele sagen immer alter du bist so gut zeig mal wie du das machst und so weiter das kennt ihr ja und jetzt zeige ich euch erstmal die einstellungen so erstmal tastatur und maus die empfindlichkeit habe ich auf 89 prozent ich mache ich habe automatisch automatisches springen an und die ganzen tasten sind auf ja auch standard halt und gehen wir weiter zum controller da ist die empfindlichkeit das war ich habe keinen controller oder tastatur maus ja läuft bei mir ne ich habe jetzt auf berührung empfindlichkeit auf 70 prozent y 80 habe ich nicht umgekehrt ich habe automatisches springen an die wop vibration ist eigentlich wurscht springen schleichen wechseln habe ich hier aktiviert weil ich finde das einfach viel besser dass man nun nur einmal springen muss das würdet ihr gleich sehen das viel besser zum kombon so im profil ist glaube ich nix resource pack auch nix ok da darf ich im grünmaßstab auf maximum und herrlichkeit auch auf maximum weil es das einfach sehr vorteilhaft ist kameraperspektive habe ich wie jede normale auf erste person wer erkämpft und nicht auf dritte so macht wie können das gerade umstellen so ich habe die grafiken wie zum beispiel geben und aus aber schöne grafik und schöner himmel habe ich angemacht keine ahnung muss ich eigentlich nicht aber ich habe ein starkes ipad kann man halt machen erweiterte einstellungen kann ich glaube ich anzeigen ne muss ich nicht so ups warte was sollte ich machen so oder ja genauso ich habe das sichtfeld auf maximum gestellt weil es ist eigentlich sehr vorteilhaft dass man so viel wie möglich sieht die sichtfeld habe ich auf 8 chunks ist relativ nice nicht zu viel nicht zu wenig mal zwar man kann auch jetzt auch auf 14 oder beziehungsweise auf 10 machen wenn man ein relativ starkes gerät hat aber bei mir reichen 8 vollkommen aus so das war es schon mit den einstellungen dann würde ich mal sagen zeige ich euch ein bisschen wie ich so feite also ich erkläre es euch mal wie ich hier also mein movement habe deswegen sieht ihr das in diese perspektive ja so jetzt mache ich den schnitt so da wären wir auch schon in der runde ich erkläre euch mal erstmal wie ich meine taktik mache es ist zwar ein bisschen ja schwierig dass ich jetzt mal leute so aufnehmen auf so einen kleinen holzständer wie man hier sehen kann ist jetzt ein bisschen komisch dass ich so aufnehmen muss aber ich glaube es sollte irgendwie passen weil in den anfang videos habe ich genau diesen ständer hier verwendet also ich gehe wie gewohnt als es in die erste kiste so falls sie weniger spieler sind gehe ich auf die seite wo weniger spieler sind jetzt seht ihr auch mal auch ein bisschen was für ein movement ich hier habe so natürlich backen die sachen auch ein bisschen weg aber ich glaube dass das ein großes problem sein sollte ich glaube ich hole mir diesen gummibär vip typen da sollte glaube ich relativ gut passen zwar wenn ich jetzt verliere kann ich das auf die auf den ständer schieben ne also ich kann es auf den ständer schieben ich bin so witzig warte wisst ihr was leute ich gehe ein bisschen drunter so kann ich besser spielen na da hat er mich jetzt bekommen na egal aber ihr seht jetzt ungefähr wie ich jetzt ungefähr kämpfe ähm und das sollte ich glaube ich mache noch eine runde ähm ich weiß ein bisschen naja wie soll ich sagen habe mich jetzt ein bisschen überschätzt aber also bei diesem ding sehe ich nichts seht ihr das da sehe ich nichts das ist jetzt meine sicht ungefähr wie ich spiele ach ja ich mache dann mal wieder ein schnitt alter das ein full diatyp moment mal leute scheiße ich hab schon finger geknackt ich wollte cool wirken ah man na egal ähm die runde sollte gerade gleich starten ich habe hier keinen full diatypen ich glaube da sollte nicht so ein großes problem sein ich gehe jetzt ein bisschen mit dem kopf hinein damit ein bisschen sie hat das klingt so das looting skill alter den dia lasse ich mal ok den lasse ich doch nicht ok nice ist hab ich schönes dia schwert ich glaube jetzt kann ich den 1,5 herzen schaden machen ich glaube 1-2 kombos und der sollte platt sein so so ich glaube ich gehe ein bisschen weg damit ich ein bisschen mehr nein wie soll ich sagen ein bisschen mehr freiraum habe weil dort hinten zu kämpfen ist ein bisschen nein wie soll ich sagen ein bisschen komisch oder ich suche noch ein paar kisten diese da eine da sollte glaube ich nicht so schaden ja nice Fleisch läuft bei mir ähm so so ups das war ein bisschen gefällt aber ich glaube nicht dass das so viel ausmachen sollte aber ich glaube für den einen oder anderen ist das ein bisschen interessant wie ich jetzt diesen full dia typen hier auseinander nehmen sollte alter die machen team ne die machen kein team 1 alter der hat eine schaufel was ist los mit dem alter was ist einfach los mit dem na egal also gucken wir mal alles lebt der full dia typ noch weil ich wollte denn eigentlich klatschen ah man dafür haben wir jetzt ein bisschen eine bessere russi aber ich brauche immer noch eine gute brustplatte ansonsten habe ich nicht so viele chancen gegen diesen typen na zwar eigentlich schon mit einer combo aber naja wann macht man schon eine combo wann macht man bitte schon eine combo habe jetzt hier leider keinen bock zu schneiden weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss weil ich habe keinen bock im hinter oh nice na mann ich kann nichts aussammeln so erstmal die ganzen sachen hier rein tun ich weiß ich habe noch platz aber er ist gepackt sehr gerne rum wirklich sehr gerne komm komm nice so full iron ich glaube ich habe jetzt eine chance in diesen full dia typen da obwohl er glaube ich ein bisschen besser daran sein sollte wegen seiner russi aber ich glaube mein skill gleicht wieder aus so ich glaube mein skill reicht alles aus damit ich nur das nutzen soll naja ähm wo ist jetzt der full dia typ ich würde jetzt gerne euch zeigen wie ich diesen typen da jetzt auseinander nehmen würde ich glaube mit dieser axt da ich glaube mit dieser axt soll ich ein bisschen angeben ich glaube ich gebe ein bisschen an achja weil ich will euch ja noch ein bisschen was präsentieren ich will euch noch beweisen dass die full dia typen da keine skill haben und deswegen zeige ich euch einfach wie man so ein full dia typen mit einer holzachse und nur full iron in anführungszeichen bedienen kann ja ich glaube ich mache jetzt ein schnitt so Leute da wären wir wieder dort hinten habe ich einen gegner gesehen glaube ich etwas gelb schiebendes ja da ist er ja der ist easy den hole ich mir den hole ich mir einfach so also ihr könnt jetzt ein bisschen so gucken wie ich so pvp pvp alter ich habe keine russi an die russi backt schon ein bisschen rum alter als ob der mit mir in der eisenachse so viel damage macht als ob alter wie das einfach nur so rum backt na dann nehme ich mir einfach so eine alternative russi ich glaube das ist auch besser als die die ich vorher hatte so weil es ein bisschen komisch jetzt naja komm und dieser typ kann ja was ich glaube der kann jetzt was na komm eine kurze diakombo ich habe jetzt keinen bock auf diesen typen da oder ähnlich nice scheiß legs naja soll ich noch eine runde machen ja ich glaube nicht ich habe irgendwie keinen bock mehr also ihr habt jetzt ungefähr gesehen wie ich jetzt ungefähr pvp tapp ich habe jetzt irgendwie keinen bock jetzt so unendlich lange wieder ja ein video zu strecken deswegen bedanke ich euch mal na komm ich mache keinen third person vielen dank fürs zuschauen ich würde mich wie immer um ein like freuen und ja bis zum nächsten video was wahrscheinlich morgen kommen wird und ja bye bye